Und hier laufen unsere 20 Wiederholungen runter. Wenn wir die haben, legen wir es auf die Matte. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können sagen, ich lege die Hände auf den Bauch, ich lege die Hände auf den Boden, wie ihr wollt. Und habt ihr hier wieder Spannung und ein Bein immer wechseln, dass wir nicht im Hohlkurt sind. Und hier zähle ich auch 20, aber hier 1, 2, 3, bis wir mal 20 sind, zwei Runden. Okay?